hier kann man kämpfen wenn ich mich entscheiden müsste ob ich lieber einen berg hinauf hin und kletter dann lieber hinunter bergsteiger was ist das für ein pokémon ich habe keine ahnung dieses pferd erleidet verbrennung was macht dieses pokémon da hinten gut konter fehl geschlagen flammenrad oh diese zähigkeit ich wechsle mal gespannt was enton auslösen kann und das andere filter pokémon dieses pokémon so mit offenem mund in den arsch glotzt aquawella und auch dieses wilde pokémon kommt nicht aus dem staunen das da vorne will ich haben ich will dich komm schon bitte ach wie süß flanival gespannt wie sich jawoll dann bist du also ein schnee pokémon schnee eis eis nächstes pokémon rufen vielleicht habe ich glück hoffe ich besiege es nicht zusammen ui ich bin hoch in die luft so dann mache ich es halt so sprungfeder super nervig ich habe keinen bock wieder umzukehren gut flanival wurde gefolgen flanival wurde gefolgen flanival wurde gefolgen eis wow geil mega heftig hat es mehrere davon neeein nicht mauzi ich wollte dich nicht kratzfuhrie zwei katzen gegeneinander stehe doch einfach bitte mauzi stehe doch einfach bitte mauzi chill mal mauzi da bis warte mal hier picknick waschen und jetzt oh ist es erwacht jetzt gewaschen habe jetzt ist es wach reden damit ok ja picknick beenden bitte und habe ich jetzt etwas plus gekriegt warte man oh den müssen wir wir müssen da durch oder da vorne war auch ein schild ich gehe mir nochmal das schild anschauen montana bergpfad voraus vielleicht müssen wir hier oh hier hat es stutter wie es oh nein hier nein nicht ihr nein nicht du dich will ich nicht ich will nicht dich steinknochen steinknochen so ich befinde mich hier könnte mir irgendwie rauf ich probiere es mal gegen den ehemaligen profi snowboarder willst du treffen ja holla die waldfee was was tentara tentara ich habe wirklich nein ich habe recht nein ich habe recht ich kann es nur probieren mit wasser nichts nein nix Kann es sein, dass wir an den Punkt gekommen sind, wo wir hier nicht mehr weitermachen können, sondern auf der anderen Seite durchgehen mussten? Notlag kommen. Ui, Tentera wurde besiegt. Oh, jetzt wird es das schnelle Drachen-Pokémon. Oh, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier in ziemlichen Problemchen geraten werden, Zeit zu trainieren, Zeit zum Kämpfen, Drachen-Profi, Drachen, das sieht geil aus. Wieder Feuer, Odem, nein, egal, man stürmt, dann stetscht er wieder. Bodycheck. Uff, ja, mit der Attacke habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe nur noch zwei Pokémon. Uiuiuiui, das wird kritisch. Kampf? Gleicht. Uh, das war die richtige Entscheidung. Oh, die ist schon tot. Die ist schon besiegt, nicht tot. Dankeschön für deinen Cash. Nein du dummes Vieh. So und jetzt schnellstmöglich zu einem Pokestop. Ohne groß hier versuchen zu pöbeln. Die Landschaft sieht wunderschön. Aber ich versuche mich mal hier oben. Oh nein, bitte nicht. Ich muss jetzt auch bis außen rum. Ja gut, dann gehen wir mal raus. Oh scheiße, ich habe so gar keinen Bock hier durchzurennen. Ich habe wirklich das Gefühl, wir sind zu low für dieses Gebiet. Was? Eine Horde der Wüten der Ziegen. Wir haben ein Goa Simulator oder wie? Nice Highlight. Gut. Ähm, euch schnappe ich mir gleich. A durch die Höhle wäre ich jetzt hier rausgekommen. Aber ich habe lieber den Umweg genommen. Was für ein Dulli. Ähm. Wo ist das? Da. Jetzt komme ich bestimmt da nicht hoch, weil ich noch nicht fliegen kann. Ähm, ich muss da hoch. Es ist wie ich es gesagt habe. Was bist du für ein Monster? Was? Ich habe das nicht mal gesehen. Snowmon. Ähm, machen wir einen Knudler. Ah, ist zu klein. Käferfurz. Das ist alles. Hui. Hullfasch. Ja. Ich fange ich jetzt ein. Snomnomnom. um um Eis und Käfer, ok. Spannende Kombi Wie komme ich zu diesem Pokerzeit da oben? Ähm Ne, hab mich gefreut, ne? Tatsache, wir haben es geschafft Was sinkt denn hier? Oh nein, ich tue schon wieder Snom nom 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 Komm ich mach Biss Ulferschnee macht mir nichts Das ist Warum beißt der so komisch? Komm schon Gut Snom nom 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 Level 38 Risiko Tackle Das war doch mit irgendwas Was ist das Was ich da mal selbst verletzt Let's Pizzerra komm Sollten wir wirklich verzweifelt sein Sollten wir wirklich verzweifelt sein Das war doch bei den Bergen Das war doch bei den Bergen Hast du Spaß beim Kämpfen? Ja, ich habe Spaß beim Kämpfen Ging ein Trainer insgesamt Okay, gut Dann 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 Vielen Dank.